Oh, das sind echte Menschen da rein, was für Schwachköpfe, ey. So. Oh, ja. Hier ist er, der ist direkt unter Hotkey. Ich bin in den zweiten. Los. Bam. Hm. Können wir jetzt mittlerweile Gebäude bauen? Wir haben immer noch keinen Zertifikat. Was soll das denn sein? Warum haben wir kein Zertifikat? Mhm. Die Zeitpopularität ist um 95% runtergegangen. Das ist doch schön. Oh, wie kann eine Sonne bluten? Was ist das denn? Bam. Spectacular-Locke. Mann, der leckt schon wieder. Doch, was soll denn der Kack? Da, endlich. Wunderschön. Äh, ich sollte noch ein paar andere Türen bauen. Ich wollte ja eigentlich noch... ...Tür machen, die Gegner verlangsamen. Mhm. Wollt ihr das überhaupt her? Also, es bewegt sich mal. Mach auch was. So. Da! Und ne Bonusrunde Das heißt, wir können eigentlich nicht verlieren Jeder, der durchkommt, gibt uns zusätzlich Geld Aber für jeden Getöteten kriegen wir noch mehr Geld Deswegen Schön fleißig töten Schiffe Geld sorgeln Montan geben ein bisschen zu viele durch Die uns Geld versauen Ach, der ist ja Stufe 2 Geile Scheiße Wir dritter Geil Oh, das ist unser erster Stufe Vierer, äh, erste Stufe Stufe, äh, 5 Geil So, ein paar mehr Raketentürme Durchkommt, glaub ich, eh keiner Also Anstrengend, anstrengend Anstrengend Ja, sauber Und schon wieder ne Maschine geblutet Geile Scheiße Geile Scheiße Achso Mhm, Zielmodule, ja Mein Geist Wenn ich alles schaffe, wer wird Ach, der Parkinspektor Wenn er alles schafft, wird er mir ein Zertifikat geben Mein erstes Zertifikat Oh Gott Das will ich natürlich haben, ne Ist ja klar Wir beginnen What the fuck Wie scheißschnell sind die denn? Das ist nicht gut Das ist ganz und gar nicht gut Schnell Alle müssen größer werden Nicht viel ab Also ich krieg ein C plus Ne 3 plus nur Ne 3 plus Was? Ah Naja Das ist 2, Kraft Achso Bam, haut rein Wuhu Da müsste ich ordentlich auf den Putz hauen Bei dem Scheiß Komm, wir haben ja Ich hab hier noch ein bisschen was Bam Der Advanced Zoom bringt es Die beste Ja Die beste Offensive Ist ne gute Offensive Ja Was hab ich? Was? Ich hab's doch geschafft Wieso krieg ich nur ein C plus? Verarscht euch das selber Ach du Kacke Bam Komm, komm Eine rumbringen Noch ein Ah So War's das? War's das? Was ist das denn? Holy shit So Jo Immer Wieso krieg ich immer nur ne C? Wieso krieg ich nur ne C immer? Was soll der Scheiß? Gibt's doch nicht Ah, die kommen rückwärts? What the fuck Los, auf die Fresse Boom Boom Und auf die Fresse Ah Nein Ach, gut Nur ein bisschen Schaden Und wieder nur ein C minus Jetzt sogar Warum krieg ich nur nur C's? Was gibt das doch nicht? Was gibt das doch nicht? So Und hier wird auch Jetzt ein Entwicklter raus Ach du Kacke Ähm Die Fettklopste Komm auch So So Der wird auch noch größer Yeah Ja Die dieser Strahlen sind schon ganz gut Aber Die fehlen irgendwie noch ein paar andere Türme Repeat Fire Tower Ähm Wow Hier geht mit Jeder Attacke treffen Das ist geil Ich hab mal ein Park Zertifikat Geile Scheiße Geile Scheiße Geile Scheiße Da Legmanns Ich hasse es Und raus mit dir Geile Scheiße Ja Wir haben den Inspektor getötet Das ist nie passiert Gar nicht Welchen Inspektor Ich kenn gar keinen Inspektor Nicht von gehört Ich will ein Hotel Ich bin Hotelgeil So Komm Hotel Yeah man Ein Hotel Hell Als nächstes Holen wir uns direkt mal einen neuen Turm Ach ja ein Update Center Da Hier rüber Spirit 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 Homing Mizzle Ja das ist eigentlich nett Ich bin das hier Ich bin das hier Ich bin da Komm mach hin Der Blower Puck ist mein Krott Komm Uuuuh Eklige Scheiße Wer macht das jetzt sauber? Also ich ganz bestimmt nicht So Oh das wird größer Boah großes Hotel Das hier auch noch updaten Das hier auch noch Wie jetzt denn gibt es eigentlich so Idioten die vorher ohne Rüstung reingegangen sind? Wenn die jetzt so ne geile Rüstung hätten haben können Ein bisschen blöd sind sie ja schon Bam Ja das tut richtig gut weh Bitch So Dann brauch ich jetzt gleich mal einen Turm Der ordentlich Schaden macht Äh Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin